Hey, wie kommst du denn auf meinen Kanal? Was tust du denn da? Ja, okay, wir in Tirol haben gelernt, man muss freundlich zu den Leuten sein. Also stell dir mich halt einmal vor, servus, ich bin der Loki. Ich bin 33 Jahre alt, gelernter Maurer und habe mich dazu entschieden, dass ich ein paar Videos mache auf YouTube. Mein Aufnahmegerät ist die PS4, ich nehme über die Elgato auf. Was für Spiele spielt der Loki? Ja, es sind eigentlich so Spiele, die aktuell rauskommen, die mir gefallen. Die möchte ich Ihnen gleich nachher zeigen. Was, ich rede komisch, das ist mein Dialekt. So habe ich es gelernt und so weiter weiter geredet. Wenn du eins von meinen Videos anschaust, dann wirst du ja merken, dass ich das so durchziehe. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zu mir. Schauen wir mal in meinen Videos rein, wenn es dir taugt, also einfach ein Abo da. Das ist unser Video. 技lerver! Ich meine decided zu mir.